Ja, Kollegin Lange, das spricht nicht für eine Regierungsfähigkeit, die Worte, die Sie gerade gesprochen haben. Wenn Sie sich schon an solchen Punkten in Ihrer Koalition nicht einig werden, ist es eher peinlich. Und deshalb danken wir den Piraten, dass sie die Initiative ergriffen haben, die die SPD letztes Mal schon angekündigt hat. Denn der Antrag der Piraten eröffnet uns die Möglichkeit, sich aus heutiger Sicht offen und kritisch damit auseinanderzusetzen, unter welchen Umständen und mit welchen Begründungen Menschen auf die Ehrenbürgerliste Berlins gelangt sind. Wofür steht diese Liste? Das Ehrenbürgerrecht ist die bedeutendste Auszeichnung Berlins. Sie kommen Persönlichkeiten zugute, die Sie in hervorragender Weise um unsere Stadt verdient gemacht haben. 118 Personen tragen derzeit den Titel Ehrenbürger Berlins und seit 1813 werden die Personen schon ausgewählt. Das ist schon eine lange Zeit, also seit über 100 Jahren. Aber was auch Fakt ist, ist, dass in unterschiedlichen politischen Systemen und mit eigenen Interpretationen von Verdiensten diese Ehrenbürger Berlins ernannt wurden. 1948 erfolgte eine kritische Auseinandersetzung und fünf Ehrenbürger wurden aus der Liste gestrichen, darunter Adolf Hitler, Göring und Goebbels. Auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands musste entschieden werden, wie mit den in Ostberlin ernannten Ehrenbürgern bei einer gesamtstädtischen Berliner Ehrenbürgerliste verfahren wird. Das war Anfang der 90er Jahre, da gab es etliche Streichungen. Es gab auch wieder einen Menschen, der wieder aufgenommen wurde, nachdem er gestrichen wurde. Bersarin, der erste sowjetische Stadtkommandant in Berlin. Heute, meine Damen und Herren, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sollten wir innehalten und hinterfragen, wie es um die Bewertung dieser geehrten Verdienste steht. Wie dringend eine Reflexion notwendig ist, hat die kürzlich in diesem Haus geführte Debatte um die Aberkennung der Ehrenbürger Würde Paul von Hindenburgs gezeigt. Die historische und politikwissenschaftliche Forschung hat sich seit 1948 erheblich weiterentwickelt. Das wird in diesem Hause niemand bestreiten. Und 70 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft ist es Zeit, unter Berücksichtigung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse eine Neubewertung bzw. Prüfung der Ehrenbürgerliste Berlins vorzunehmen. Da es bei der Ehrenbürgerliste aber um mehr als eine historische Einordnung der Verdienste geht, denn wir vergeben die Würde an auch noch lebende Persönlichkeiten, reicht uns das Ansehen der Piraten nicht aus, die Kommission zur Prüfung der Liste lediglich aus Historikern zu besetzen und nur nach neuesten historischen Erkenntnissen zu prüfen. Außerdem, liebe Piraten, die Hälfte der Menschheit ist auch weiblich, also wir wollen auch nicht nur Historiker, auch wenn Ihre Fraktion das nicht so widerspiegelt, dass die Hälfte der Menschheit weiblich ist, aber vielleicht gibt Herr Kowalewski da mal Nachhilfe. So, wir schlagen, wir schlagen hier die Berufung einer unabhängigen Expertinnenkommission vor, die neben Historikern und Historikerinnen mit Politologinnen und Kulturwissenschaften besetzt ist und die mit einer wissenschaftlich fundierten Begutachtung beauftragt wird. Meine Damen und Herren von der CDU und SPD, es ist legitim und längst überfällig, dass eine solche Debatte geführt wird und wir sollten diese Prüfung jetzt dringend vornehmen. Vor zwei Wochen, am 24. April, wurde dem Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin Michael Blumenthal die Berliner Ehrenbürgerwürde verliehen. Blumenthals Vater war im Laufe der Novemberpogrome 1938 für mehrere Monate im Kondensationslager Buchenwald interniert. Im Frühjahr 1939 flüchtete Michael Blumenthal und seine Familie aus Deutschland nach Shanghai und emigrierte dann 1947 in die USA. Darin erinnerte Blumenthal in seiner ebenso beeindruckenden wie berührenden Dankesrede anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde. Er sagte, er sei selbst jahrelang überzeugt gewesen, dass ihn nichts mehr mit seiner Heimatstadt verbinde oder je wieder verbinden könnte. Er, der einst ausgebürgert wurde und aus Berlin fliehen musste. Als Gründungsdirektor des Jüdischen Museums ist Michael Blumenthal nach Berlin zurückgekehrt. Diese Zeit bezeichnet Blumenthal heute als die reichste und befriedigendste Zeit seines Lebens. Möglich war dieses Projekt für ihn nur, und ich zitiere Michael Blumenthal, weil es eben in Berlin war, in diesem neuen, toleranten und schönen Berlin des 21. Jahrhunderts. Und meine Damen und Herren, genau das ist der Punkt. Mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Michael Blumenthal steht dieses neue, tolerante und schöne Berlin des 21. Jahrhunderts. Also wir alle in der Pflicht zu prüfen, ob historisch bedingte Entscheidungen zur Verleihung von Ehrenbürgerwürde unseren heutigen demokratischen Standards noch standhalten können. Meine Damen und Herren, wir müssen den Mut haben, die Liste zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu korrigieren. Michael Blumenthal ist in der Folge der Machtergreifung Hitlers aus Deutschland geflohen. Paul von Hindenburg hat entscheidend dazu beigetragen, dass Blumenthal und seine Familie in Deutschland nicht mehr sicher waren. Ich finde es politisch unverantwortlich und unerträglich, dass Blumenthal und Hindenburg nun gemeinsam auf der Ehrenbürgerliste Berlins stehen. Vielen Dank.